Wenn mein alter Physiklehrer, Herr Hartwig, Grüße gehen raus, die Physik so schön gesungen hätte, dann wäre vielleicht was aus mir geworden, wer weiß. Gut, zurück zum Science Slam. Wir haben hier sechs junge Menschen, die aus der Wissenschaft kommen und gegeneinander antreten. Liebe Science Slam, ich stelle euch mal kurz, ganz kurz dem Publikum vor. Wir haben hier Oliver Gebhardt, Mathematiker aus Frankfurt. Kommt zu mir. Wir haben Mathilde Himmelreich, Physikerin mit Hang zu Detektivgeschichten. Sex sells, das weiß ja jeder. Aber Janina Otto wird uns heute Sex smells näher bringen. Janina Otto. Aus Berlin, der Weltstadt mit Herz kommt Sabrina Patsch zu uns, Quantenphysikerin und Bloggerin. Matthias Warkus ist Philosoph und Bildungsbürger. Ganz wichtig. Und last not least, es ist eine alphabetische Reihenfolge. Christoph Wiedmerk kommt aus dem schönen Bayern und ist promovierter Lebensmittelchemiker. Unsere sechs Slammer. So, das war eine kurze Vorstellung. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Aber ich sage gleich mal, jeder von euch hat zehn Minuten, um Ihnen ein Thema darzubringen. Egal wie, Vortrag, Experiment, Singen wie Nico. Meinetwegen auch Tanzen hatten wir alle schon. Zehn Minuten. Wir stoppen das jetzt nicht auf die Sekunde. Aber bei ganz unverschämten Überziehungen beende ich das Ganze, stelle mich daneben, so wie in Kassel und Moskau, wenn Sie das kennen, und sage Schluss. Aber wie gesagt, wir nehmen es jetzt nicht so genau auf die Sekunde. Und die Bewertung kommt von Ihnen, meine Damen und Herren. Und wie Sie das machen, erkläre ich gleich. Wir haben ein Bewertungssystem. Das klingt am Anfang ein bisschen kompliziert, ist es gar nicht. Dafür super objektiv, präzise, mathematisch, exakt und sorgt dafür, dass auch der beste Slammer den Preis gewinnt, den besten Preis der Welt, den Bämbel der Weisheit. Ein Unikat extra für heute Abend getöpfert und in den Feuern von Mordor gebrannt. Ein Bämbel, um Sie alle zu knechten. Ja, und dieser eine Bämbel ist noch für was anderes gut. Wir losen damit die Reihenfolge der Slams, also die Startnummern aus. Im Bämbel sind sechs Zettel mit den Namen der Slammer. Und wie jedes Jahr komme ich mit meinen dicken Fingern leider nicht in den Bämbel rein. Da brauche ich Hilfe und habe sie auch. Die junge Dame, die Sie jetzt kennenlernen, ist weit mehr als eine Glücksfee. Sie ist quasi die Produzentin dieser Show. Sie hat den Science Slam mitorganisiert heute. Sie hat die Slammer betreut. Put your Patschehands together für Jessica Ludenia. So, hallo Jessica. Gut, dann losen wir mal aus. Start Nummer eins. Wir müssten dann die Startnummern auch an den Tafeln festhalten. Das heißt, die Tafelanschreiber müssten jetzt zur Tat schreiten. Und der erste ist? Die erste. Die erste ist Mathilde Himmelreich. So, nicht gucken. Ja. So, und zweiter Slammer, Startnummer zwei, Matthias Warkus. Slammer Nummer drei ist Oliver Gebhardt. Slammer Nummer vier, Sabrina Patsch. Slammer Nummer fünf ist Christoph Wiedmer. Janina. Und da kann es ja nur noch eine geben, die übrig bleibt. Nummer sechs, Janina Otto. Sehr schön. Vielen lieben Dank, Jessica. Auch vielen lieben Dank für die Organisation. Ja, jetzt haben wir die Startnummern. Und jetzt, wie gesagt, erkläre ich mal kurz die Wertung. Wir haben dazu sechs Sätze mit Pappen. Die sind, keine Ahnung, Bruno war so lieb. Ah, die sind schon da. Gut. Wir haben also jetzt auch Menschen, die die Pappen verteilen. Das sind Wertungspunkte. Die Zahlen eins bis sechs sind so auf einem Satz drauf. Das sind umgedrehte Schulnoten. Das heißt, sie bewerten damit einen Slum-Beitrag. Also sechs Punkte für einen Slam, der richtig super gut war, bombastisch, wahnsinnig toll. Ich will ein Kind vom Slammer oder der Slammerin. Das wären sechs Punkte. Fünf Punkte auch noch gut, auch super. Und dann immer runter bis eben ein Punkt für einen langweiligen, unverständlichen, total verkackten Slam. Aber das ist in den ganzen Jahren noch nie passiert und wird auch heute nicht vorkommen. Denn bei uns treten natürlich nur die Besten der Besten der Besten an. So, dann bitte ich mal zur Verteilung der Pappen zu schreiten. Ja, zwei rechts, zwei links und zwei in der Mitte. Wer von Ihnen jetzt einen der sechs Wertungssätze ergattert hat, ist aber nicht automatisch der Chef über die Wertung. Ganz und gar nicht. Sondern Sie müssen sich dann mit den Leuten links, rechts, neben Ihnen, vor Ihnen, hinter Ihnen einigen. Auf eine Punktzahl einigen. Ganz wichtig, nicht alleine entscheiden, sondern sich in einem Wertungsgrüppchen um Sie herum einigen. Auf eine Punktzahl. Der Rest von Ihnen kann natürlich durch Rufen einer Punktzahl das Wertungsgrüppchen beeinflussen. Und wichtig, liebe Wertungsgrüppchen, einigen Sie sich auf eine Punktzahl, halten Sie noch nichts hoch. Sie halten erst die Pappen hoch, wenn ich sage Pappen hoch. Wenn Sie sich geeinigt haben, sage ich Pappen hoch und dann zeigen Sie die Punktzahl hoch, auf den Sie sich geeinigt haben. Ich addiere dann alles und die Summe wird auf den Tafeln festgehalten. Muss ich vielleicht erklären, wenn ich Sie hier nicht beim Science Label spaße, verdiene ich mein Geld als Mathelehrer. Ich sollte das also mit dem Addieren irgendwie schaffen. Und wenn nicht, helfen Sie mir, okay? Gut. Und wie ein guter Lehrer sage ich jetzt, wir üben das mal. Bewerten Sie. Sind die Pappen verteilt? Ja, okay. Dann bewerten Sie mal jetzt, wie Sie die bisherige Veranstaltung fanden. Ambiente, Moderation, gesungene Physik. Bitte einigen Sie sich auf eine Punktzahl. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich. Einigen Sie sich. So, ich hoffe, Sie haben sich geeinigt. Und jetzt Pappen hoch. So, 5, 10, 16, 22, 28 und 34. Ah, super, 34. Danke. Naja, die niedrigste Zahl wäre ja 6. Worst case. 36 ist das Beste. Und ich hatte schon befürchtet, dass wir, ich, das gesamte Team, dass wir in der Corona-Pause vergessen haben, wie es sein Slam geht. Aber anscheinend haben wir es noch drauf. So, aber es gibt noch eine zweite Sache, den Wertungsapplaus. Das ist für alle, auch für die, die vielleicht entfernt da von einem Wertungsrüppchen sitzen. Nach der Sache mit den Papptafeln biete ich Sie nach jedem Slam-Beitrag um einen Wertungsapplaus. Und dafür haben wir zwei junge Damen, Maria und Teresa, die mit Applausometern ausgestattet sind und die messen ihren Wertungsapplaus. Ihr könnt schon mal kommen. So ein Wertungsapplaus ist nicht nur klatschen. Wenn Ihnen ein Slam besonders gut gefallen hat, können Sie auch mehr tun als Quatsch klatschen. Sie können zum Beispiel brüllheulen, Sie können kreischen, Sie können trampeln. Im Prinzip alles ist erlaubt, was die Dezibel der Applausometer hoch treibt. Eskalieren Sie nach Herzenslust. Die einzige Grenze ist, Sie dürfen das Mobiliar hier nicht beschädigen. Sonst geht alles. Und bei einem weniger begeisterten Slam gibt es etwas weniger lauten Applaus. Bei einem schlechteren nur noch einen netten Höflichkeitsapplaus ohne Eskalation. Wir üben das mal. Ja, so. Die beiden Applausometer-Damen stehen immer auf einer Markierung, also immer dieselbe Stelle, damit das auch reproduzierbar ist. Und Sie, Sie tun jetzt einfach mal so, als hätten Sie einen super tollen, mega begeisterten Ich schenke dem Slammer mein erstgeborenes Slam gehört. Und bitte Sie um ein lautes Brüllen, Klatschen, Heulen, Trampeln. Mehr! 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 Okay. Gut, der Punkt ist, die Länge des Applauses ist egal. Die Applausometer messen den Spitzenwert. Und der ist hier 100,5 und bei Maria 99,9. Und das wird auch an der Tafel festgehalten nach den Slams. Und am Schluss wissen wir dann, welcher Slam-Beitrag den lautesten, den zweitlautesten und so weiter Applaus bekommen hat. Der Slam mit dem lautesten Applaus bekommt noch 12 Punkte zu den Pappenpunkten dazu. Der mit dem zweitlautesten 10, 8 und so weiter. Und der leiseste Applaus bekommt immerhin noch zwei Zusatzpunkte. Gut, Sie haben es verstanden. Dann würde ich mal sagen, fangen wir an zu slammen.